Also, ich weiß, dass ihr alle auf die wichtigsten Worte wart bei so einer Rede. Das Buffet ist eröffnet. Und diese drei Worte kommen dann auch gleich. Das dauert mal noch so, ihr kennt mich, ich bin ja kein großer Redner. Nein. In drei Stunden, oder? Nein. Deswegen jetzt sage ich sie, schön, dass ihr da seid, das Buffet ist eröffnet. Lasst uns feiern. Lasst uns feiern. Lasst uns feiern. Lasst uns feiern. Ihr habt also gesehen, bei uns kann man ganz ordentlich feiern und wir feiern auch ganz ordentlich. Wir hatten also zu unserer Eröffnungsfeier Kunden von uns eingeladen bzw. Geschäftspartner eingeladen. Das ist eigentlich das richtige Wort. Wir hatten Geschäftspartner eingeladen. Jetzt ist es natürlich so, dass unsere wichtigsten Geschäftspartner zu dieser Feier gar nicht da waren. Denn was sind unsere wichtigsten Geschäftspartner? Das seid natürlich ihr, die ihr bei uns Coachings macht, die ihr bei uns Seminare macht, die ihr mit uns gemeinsam handelt und mit denen wir die meisten Geschäfte machen. Alle, die jetzt da waren, die Steuerberater, Broker usw. Die gehören natürlich dazu, aber wie gesagt, die wichtigsten seid ihr. Deswegen möchte ich euch natürlich auch einladen, dass ihr mal zu uns kommt, dass ihr euch mal unsere Räume live fort anschaut. Ihr habt es jetzt zweimal gesehen. Einmal in dem Video, wo ich euch das Büro vorgestellt habe und einmal jetzt hier in diesem kleinen Zusammenschnitt. mit. Demnächst geht es also los. Ich denke mal, im Oktober, November werden wir dann starten mit regelmäßigen Tagen der offenen Tür. Die werden so ungefähr alle acht, neun Wochen etwa stattfinden. Wir müssen das natürlich immer ein bisschen begrenzen. 100 Leute mit einmal bekommen wir dann doch nicht unter, aber ich denke immer so um die 20 etwa können dann zu uns kommen. Das heißt, schaut demnächst einfach immer mal auf unsere Webseite, hier in den YouTube-Kanal rein. Dann werde ich euch bei Zeiten sagen, wann das losgeht. Es wird dann ein Formular geben. Da könnt ihr euch einfach eintragen und euren entsprechenden Platz reservieren. Wie gesagt, Tage der offenen Tür, das wird natürlich kostenfrei sein. Das kostet nichts. Das ist so unser kleines Dankeschön auch an euch, wenn ihr euch immer schon mal ein Handelsbüro anschauen wollt oder auch wenn ihr Interessenten seid und sagt, Mensch, ich würde vielleicht bei denen mal ein Coaching machen oder ich würde mal bei denen ein Seminar machen, aber ich will den erstmal so richtig auf den Zahn fühlen. Ich will mal sehen, ob es die wirklich gibt, ob die wirklich mit echtem Geld handeln oder ob das alles hier nur solche Möbelhaus-Computer sind. Ihr kennt das aus den Möbelhäusern, wo die immer nur so rumstehen. Ihr kommt demnächst zu uns, Tage der offenen Tür, ab Oktober 2015. Schaut jetzt auf unsere Webseite, schaut in unsere E-Mails oder schaut hier bei Facebook bzw. YouTube rein und dann werdet ihr die Termine sehen. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst hier bei uns in Zwickau im Büro. Also, bis dann. Euch alles Gute. Servus. Bye, bye.